Norddeutscher Rundfunk 2021 Die Stadt und das Land ticken anders. Die Wendelbucher und die Hinterländer sind schon etwas anders als die Resten des Kantons. Sie sind fleissig, naturverbunden, freiheitsliebend und ab und zu stur als wie eine ... Natürlich ärgern wir manchmal über das konservative Land. Aber aus dem wir Graben konstruieren ... Also ich kann beidem viel abgewinnen. So morgen und zu arbeiten bin ich gerne in der Stadt und für die Freize zieht es mich aufs Land. Eben so wenig wie die Stadt noch aus veganer Velofahrer besteht, wievölkern nicht einfach fleischessende Autofahrerinnen die Landschaft. Stadt und Land sind wie Mond und Erde. Die gegenseitige Anziehung ist riesig. Und wenn sie ein kleines Nabel hat, dann haben wir einen Schlierbachsonne. Auch wenn man nicht immer die gleiche Sprache redet, zuhören ist wichtig. Der wahre Zusammenhalt zwischen Stadt und Land zeigt sich nicht in Worte, sondern in Daten. Zusammen sind Stadt und Land stark! Städtische und ländliche Regionen müssen sich wieder näher kommen, enger zusammenarbeiten und gemeinsam den ganzen Kanton vorwärts bringen. Alles eine Frage der Perspektive.